Wir werden immer schlauer in dieser Stunde. Jetzt kommt das Na und Video. Das ist von einer Band aus Freiburg, die nennt sich The Brothers und das sind wirklich vier Brüder. Und das Stück heißt Little Black Princess. Little Black Princess, sitting right next to me. I like it when you smile at, but I love it when you laugh about me. Little Black Princess, on the stage at the ball. Little Black Princess, you're the top of them all. Little Black Princess, it looks like it seems. Little Black Princess, you're the girl of my dreams. Little Black Princess, come take a walk with me. Up to the mountains, relax, I'll feel free. Little Black Princess, take me to the ball with you. Dance to the waltz, I guess I can learn it too. Little Black Princess, on the stage at the ball. Little Black Princess, you're the top of them all. Little Black Princess, it looks like it seems. Little Black Princess, you're the girl of my dreams. Little Black Princess, come as you close of it. I'll tell you the nicest things over and over again. Beautiful Princess, how about you, Lily? Or a bottle of something, or fly out of this town with me. Little Black Princess, on the stage at the ball. Little Black Princess, you're the top of them all. Little Black Princess, it looks like it seems. Little Black Princess, you're the girl of my dreams. Little Black Princess, they are fantasies. Turned out the light and then, tell me your secret dreams. Little Black Princess, put on the candlelight and tell me you love me. I know they'll be yours tonight. Little Black Princess, on the stage at the ball. Little Black Princess, you're the top of them all. Little Black Princess, it looks like it seems. Little Black Princess, you're the girl of my dreams. Little Black Princess, you're the girl of my dreams. You're the top of them all. Little Black Princess, it looks like it seems. Little Black Princess, you're the girl of my dreams. Little Black Princess, you're the colors of my dreams. Little Black Princess, you're the girl of my dreams. und ihr sagt jetzt einfach, wo man euch live sehen kann. Loritz, du fängst an. Ja, in diesem Monat noch und zwar im April am 22. in Karlsruhe und am 23. in Freiburg. In Straßburg sind wir am 27. und 28. April. In Koblenz sind wir am 30. April und am 1. Mai. Und in Mannheim am 10. Mai und Darmstadt am 11. und am 12. Mai. Thilo, was für Fans sollten kommen zu euren Konzerten? Ja, alle, die Lust haben auf richtige Musik, ohne Computer, ohne Synthi, einfach handgemachte Musik. Vorbilder habt ihr da? Auch wir haben angefangen als junge Kinder, möchte ich fast sagen, Loritz und ich waren 10, Vorbild waren die Beatles. Das macht uns heute auch noch Spaß. Und live macht ihr aber eigene Sachen in erster Linie? Eigentlich fast nur eigene Sachen, ja. Ab und zu mal eine Covernummer, aber fast nur eigene Sachen. Die Jungs sind übrigens noch zu haben für die Plattenindustrie, ne? Jetzt anrufen und kaufen. Hallo. Ist ja hier einer da. Und wer nicht bis zum Konzert warten will und kann, der kann jetzt nochmal was live erleben. A Cappella, das heißt ohne Band, ohne Musik. Die Musik, das sind die Stimmen. Die suchen das E. Sie haben es. The Brothers. Und In Love with a Star. The Moon, lovely moon, shines so bright tonight And I'm counting all the stars in the sky I know you are there in the air somewhere And I wonder, do you feel that I'm here I saw you once, you saw me too And I know, I will always remember The smiling face Second star from the left is yours Since then I come here every night To be with you, feeling so glad in your light How about one day you will come And take me away On a journey And I always will stay Dankeschön. Dankeschön. Genial ist von der Band The Brothers Na und Thema schlicht genial. Nächster Gast ist Rüdiger Gamm. Nächster Gast ist Rüdiger Gamm.